Schön durchgesteckt von Ilse und dann Hubnick getunnelt, aber das sind ja 25 Meter. Weitschüsse, ein gutes Mittel gegen Kraft, das weiß er auch, weiß er, da hat er auch Probleme gehabt in der Liga. Thomas Kraft, aber perfekt getroffen. So was von kalt erwischt ihr. Und jetzt ist keiner mehr nervös hier. Sein letzter großer Auftritt hier, Maximilian Beister, er kehrt zurück zum ASV. Ausgeliehen. 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 Vielen Dank.